hm so tut 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 boys shatten schade leading down das nicht ganz aber nicht ganz Foi quietschen schaden kommen wenn das Ding jedoch aufgebaut hat jetzt doch nicht so einfach wie ich mir verstellte ja Ja, bist doch blöd, ne? Nee, Profispieler, alter. Meine Augen machen jetzt schon kaum mit. Okay. Ja, wenn wir zwei Stunden waren, ist ja alles tip top. Ach ja, ich weiß, was ich sagen wollte. Wo ist denn die? Sag doch noch ja. Ach, schweilt. Brauchen wir denn das? Super. Ey, das ist mein Move. Kreiz im Maul. Nee. Sag mal. Gott. Er. Ach, das ist sie. Ich trottel. Muss ja da dran gehen. Nein, ich kann nicht einmal rund durchkrachten. Auch. Einfach mal alle durchgehen. Dann machen wir das halt so. Zack. What the hell? Verschwendung. Die Idee ist Verschwendung, gell? Ich muss auf was Veränderung. Kopf. Und nicht teuer. Dumme. Nein, nicht für eine. Zxzweck, ja den muss ich gleich nur auf Strom schalten Ja, so wie ich die hier jetzt auch machen kann Was kann denn hier noch rein? Hier was aber gebringt kann Ja 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 Ich will da raus, zieht ruhig schnell Genauso komisch wie du bist, ne? Ah, ja, 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 ja Lalalalala Achso, wo ist denn okay Also wir brauchen Enderpearl definitiv Ah, das Eisen vielleicht auch noch Das ist auch noch Space Und Nuggets, würde ich sagen Ja, hier Zum Ausfeld dann schon mal Okay So Das glaube ich, das reicht auch, wenn wir das machen Der Rest können wir im Tower machen Und der kann das auch aussortieren Obwohl der kann das auch Ja Oh, Gehirne auch noch Hm Hast du bist behindert? Hm Weiß man schon Dem, 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 dem Machen wir dafür mal was Ähm, ja Sand, drei Setzlinge und ein Gehirn Kann man dort machen? Lol Okay 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 Das ist ein bisschen Zombie Jockey 10, 2, oh Ach weg, alles weg Okay, Rat natürlich, klar Oh, ich bin schneller Für den Ofen, Ofen, Ofen bleibt magic Ah, kannst ja an die Wand hängen, stimmt ja Was? Beef Jerky Hä, ich mach erst mal das Portal aus Naja Stimmt Brauchen wir eigentlich so viele Zombie gehen, oder nicht? Ja, nur für Leder, ne? Ich hoffe, wie viele werden wir eh schon haben Ja, trotzdem Leder kann man auch nicht genug haben Aber für vieles brauche ich nämlich auch Leder Drains haben wir jetzt 1700 Ja, und? Also ich verschluckt Leder haben wir, also 1000 Leder haben wir auch jetzt schon wieder Hm Deswegen ist natürlich die Frage Warum denn denn für... Wieso braucht man 11 Quarz, ey? Hinti Also Shift Click Und wir uns dann mal raus So Ach Ich muss mit einer Glasbote im End Rechtsklick machen in der Luft Viel Spaß Hm Dabei haben wir das Ding noch nicht mal gefunden Was wir eigentlich schneller machen können, ne? Könnten wir Ok Ok Strings Ja, die Strings werden auf jeden Fall Kohle Können wir, glaube ich, von dem Wizzerskeletten Gleiches habe ich Brains Wollten wir Das kann man auch noch nehmen Sulfur Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob wir das ungefähr einloggen müssen und das Kinder und schlossen Sulfur, ja, nein Na egal, können wir erst einschmeißen Nee Krohle Hint 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 Und Hint Wie ging nochmal eine Ender-Chest? Äh Zwei Obsidian Vier Blaze Eine Ender-Pearl Einmal Wolle Und ein Chest Hä Also weiße Wolle ist ein ME-System Auch so teuer? Ja, warum? Nur so Ich weiß noch gar nicht mal, was die überhaupt macht dann Hand of the Ender Geil, ne? Vielleicht bortet die sich weg Also Ich will das wissen, deswegen will ich mir die machen So, jetzt haben wir noch Bögen, Rüstungen Oh, geh ich das nicht einfach auf Vor allem Ender-Chest hab ich gesagt, du Affe Ja, Ender-Chest Zwei Obsidian, vier Blaze, eine Wolle und eine Chest Nein Ja, was denn sonst? Ein Ender-Chest Ender-Chest? Acht, ob sie in ein Ender-Auge Ach, du willst diese an, die normale Ender-Chest? Ja, die brauchen die Ach sooo Ich kenn nur die an, ich weiß noch was andere Rezepte immer Und die sagen Ja, neu ist ja auch Ender-Chest Okay Und nennen das Deutsch Ich hätte sogar Nilla sagen müssen Nein Ähm, hab ich denn genug? Ja Eins, zwei, drei Und sechs, sieben, acht Echt Wir haben noch diese komischen Bögen, verdammt Nein, zehn Komm mal zu dir hin, ich brauche mir noch eine Ender-Pelle Ja, mach das Ender-Pelle Blaze, was war das, ne? Ender-Auge Ach du mal, den Rest sortieren wir ganz an Ja Gunpowder, keine Ahnung, was herkommt Keine Ahnung Ich weiß, könnte eigentlich alles weg Ender-Auge Nein, ich bin noch deinem Fluch Ich muss das noch mal anders aussortieren Blaze Ah, den Restvater habt ihr ja hier so drin Ja, haben wir das Wir haben eine große Auswahl Ja Ja Neun Zehn Das Hach so das Wünsche Und die Norgiez Ich ist verhaschen Hmmmm, weiß ich nicht gekauft eigentlich rauf und wollte gerade auf wenn er schlags kriegen was macht er klickt auf leder auf was macht ihr jetzt gar nichts haben wir erstmal ob ich mal ein inventar haben muss den lass ich so den lass ich so haben wir handlich erinnerst bei mir z wird's warten ne ich brauche keine z z 3 gold nugget hast du keinen inventarplatz mehr frei doch ich deswegen hey was ist das denn haste zwei sechs stück sechs stück ok ja danke würde reich glaube ich erstmal ja ich kann dir sonst noch zwei stück geben na ist gut ich habe eine runde schlafen ach scheiße da habe ich jetzt nicht eingestellt jetzt könnte die noch leben jetzt könnte die noch leben wenn ich sehe ich sehe ich sehe das ist das ist